Im Weißgewinnen will das spüre ich. Ich glaube, schwarz bin möglich. Männer, in der Spiele entscheidet immer noch der Schiedsrichter. Ja, bitte. Diese beiden Trikots hätten wir zur Auswahl. Ich sehe da keinen Unterschied. Zeig dir mal unser Home-Trikot. Einen hätten wir noch. Ja, das Grüne geht in den Hohn. Was? Mhm.